Schau. Oh, so schön. Oh, alle zusammen, mein Name ist Elma und ich bin im dritten Lehrjahr. Hallo zusammen, mein Name ist Adriana und ich bin im zweiten Lehrjahr. Wir geben hier einen Einblick über die Lehre in der Migrol. Bei der Migrol wechselt man alle vier Monate Abteilung und im Moment bin ich im Verkauf. Mir gefallen die abwechslungsreichen Aufgaben, wie zum Beispiel Telefonieren, Offerter, Stellen, Bestellungen, IG und vielmehr spannende Sachen. Ich bin momentan im Backoffice. Was mir sehr gefällt an dieser Abteilung, ist, dass man täglich spannende und lehrreiche Aufträge bekommt. Wir werden in allen Abteilungen von Praxisbildern betreut und immer unterstützt. Auch wenn einem etwas auf dem Herzen liegt, kann man immer auf sie zugehen. Was mir besonders gefällt an der Migrol ist sicher, dass wir sechs Wochen Ferien haben, dass wir zweimal am Tag bezahlte Pausen haben, dass wir mehrere Lernende sind und somit Pausen zusammen verbringen können und dass die Migrol alle Kosten für die Schulbücher übernimmt. Jetzt hast du einen kleinen Einblick über den Berufsalltag in der Migrol bekommen. Wenn du einen Lehrbetrieb suchst, der dich unterstützt und ein gutes Arbeitsklima hat, dann bewirre dich jetzt bei der Migrol. Tschüss, Tama. Tschüss.